100% weil der Rest mir nicht reicht, immer 100% Was geht ab zusammen Freunde, das ist ein Netz. Ja, es stimmt, Liont macht wieder Musik. Vor tatsächlich etwas über drei Jahren ist sein letztes Musikvideo erschienen und das war tatsächlich eine Single-Auskopplung aus seinem Album Löwenkind. Komm und lach doch, ey, mach doch, das ist mir egal, ich bin anders, kein Standard, ist doch voll genial. Und nun ist es tatsächlich soweit, Liont hat ein neues Musikvideo rausgehauen und dieses nennt sich 100%. Egal ob sie mich feiern oder lieben, ich war leider einfach nie zufrieden. Und auch noch drei Millionen Krisen, steh ich auf und werde jedes Scheißproblem besiegen. Mache mir nix draus, was all die Hater sagen, sollen sie lieber erstmal selber machen. Shit, ihr rappt alle dieselben Sachen, fuck man, über euch selbst zu lachen. 100% weil der Rest mir nicht reicht, immer 100%. Was man gleich merkt ist, dass Liont wesentlich ruhiger geworden ist im Gegensatz zu seinen alten Videos. In seinen alten Videos war er total hibbelig und unfassbar überdreht und gerne mal auch echt ziemlich nervig. Man merkt hier auf jeden Fall direkt, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Und das stellt man tatsächlich nicht nur bei seiner Person, sondern auch bei seiner Musik fest. Wenn wir uns hier einmal einen alten Song von ihm anhören. Wir und Mädels sind verliebt in Schuhe, Schmuck und teuer essen gehen. Doch ich liebe mein Doppelkinn, denn seitdem kann ich besser leben. Und hier den aktuellen. Nur weil ich und deine Freundin uns verstehen, gehst du davon aus, ich hab ein Alkoholproblem. Was macht man nach dem Disneyland Paris? Lass mich mal eine Runde streamen. Dann merkt man schon, dass sich da eine ganze Menge getan hat. Produziert wurde der Track übrigens von Topic, der ja mit dem Song Home einen Welthit gelandet hat. Liont TV wagt hier für sich einen Neuanfang. Und selbst alte Gegner wünschen ihnen dafür alles Gute. So zum Beispiel Gio via Twitter. Gio hat ja damals mit seinem Liont-Diss-Track tatsächlich diese ganze Hate-Bewegung nochmal angefasst. Das war ja in der Zeit, als das Löwenkind-Album rauskam. Ich hab dich scheiße langsam da, du hast zwei YouTube-Klicks. Doch jetzt mach ich Schluss damit, weil du Rap zum Teil des Ganzen machst. Du bist mir egal, doch wirst du für deine Gier bezahlen. Und deshalb mach ich dir jetzt klar, worauf du dich da eingelassen hast, Liont. Und auch an dieser Stelle wurde sich wieder versöhnt, was eigentlich ein ziemlich schönes Zeichen ist. Wir können gespannt sein, was wir in Zukunft von Liont alles noch so hören werden. Wie immer interessiert mich jetzt noch eure Meinung, schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Der Song von Liont ist selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin, peace and out, euer Phil. Ciao.